Musik Hast du einen Lieblingskörperteil an dir? Was, was du gerne magst? Ich denke, meine Augen. Seit ich jetzt Wimpernserum benutze... Benutzt du Wimpernserum? Ja, das habe ich entdeckt. Zum ersten Mal in meinem Leben bekomme ich jetzt Wimpern. Findest du das toll, eine Frau zu sein? Ja, ich bin sehr gerne. Ich denke, Frauen haben mehr Macht wie Männer. Die Männer mögen das nicht, aber die Frauen haben mehr Macht wie Männer. Subtil. Auf andere Art. Ja, subtil. Wir können die Männer, ne, also richtig so unten die Finger wickeln.